Ein Schlückchen, lieber Tom. Komm jetzt, für meine Lieblingsbücher. Ich glaube, jetzt werden wir einstoßen. Salud, com siempre. Sie geht's, hallo? Sie geht's. Alles okay in Deutschland? Natürlich, so geht's ja. Prost. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Christophe. Ja. Also, ich bin... Selerated. François, mein Lieblingsbücher. Ja, ich bin ja. Jetzt, meinen Jungs, den Zwischenkuchen bieten. Was meinst du denn? Nein. Nein. Und jetzt, glaube ich, werde ich mich zurückziehen, weil ich doch schon etwas müde bin. Willst du mich bitte begleiten? Da. Ah! Gross, Mama. Da, mein Lieblingsbücher war. Wunderschön. Ach so.